Bis er da ist, können wir ja mal eben... Ich hab gehört, Trophäen brauchen wir nicht. Mächtige Pistole. Ich kann ihn nicht benutzen. So, da ist die Tasche. Aha, was ist denn noch? Handwerk. Ja, Berufe haben wir immer noch nicht richtig geskillt. Ich hab da einen Handschuh drin liegen in meiner Tasche, der ist Stufe 10 und ich hab eine Stufe 2 an. Also super, das fängt ja echt gut an. Ähm, mal in einem Stream die Frage. Wie sieht das mit Berufen aus? Welche sind denn für unsere Klassen die sinnigsten? Ich hab ja jetzt, glaube ich... Warte, was hab ich... Also ich hab Koch und Lederer. Als Jäger. Äh, nee, im Moment nicht. Ich glaub... Wie war das? Haar. Haar ist Charakter. Haar. Handwerk. Genau, ich war ja Waffenschmied und Juwelier, weil wir einfach mal aus jüchsten Dollerei irgendwas gemacht haben. Lederer, ne? Hm. Einfache Werkzeuge. Da muss ich wahrscheinlich... Ähm, die Sachen, da brauchen wir wahrscheinlich auch irgendwie einen Schmiedofen oder so. Waffenschmied. Ja, in anderen Spielen, es war es ja auch Lederer, aber Lederer hast du, glaub ich, Zuber, ne? Lederer hab ich, ja. 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 Rächer Langbogen, wo mach ich den verkehrten? Ich muss ja auch... Also das geht ja gar nicht. Ja, gibt's nur in den Hauptstädten. Ich glaub, die nächste Hauptstadt hier ist ja... Ist Maibon-Markt ne Hauptstadt? Ja, wir sind ja gerade in so ner Handwerksstation, glaub ich. Händlerlager sind wir. Äh, Händler-Anker. Okay. Da ist auch nochmal, Kauffrau. Da ist auch nochmal. Wahrscheinlich eher hier die Großen, ne? Du meinst dieses hier, wie der Marbon-Markt, oder? Da können wir, glaub ich... Ja, hier stehen ja auch die Stationen. Da sind... Da brauchen wir, glaub ich, die Stationen auch für, ne? Ja. Da sind sie. Leder Beutel. Hm. So. Dann müssen wir umpacken hier. Ich und meine Taschen. Aber die letzte ist nicht frei. Schade. Nee, der vierte Slot ist nicht frei, weil wir, ne? Aber wenn du jetzt, äh, eine Tasche austauschen kannst, geb ich dir ne Tasche rüber. Aber ich glaub, die muss ich dir schicken, oder? Verfassen. So, Barock. Ciao, Barock. Beuteltasche. Ah, ich hab einen Account gebunden. Warum kann ich die? Hallo, sorry, wieder da. Ah, nicht schlimm. Ich kann dir auch keine... Der heilen, aber hier geht das auch. Ich kann dir leider sogar kein, äh, äh, Nachrichten... Ich kann nicht mit dir handeln. Weil wir free-to-play sind. Ach, können wir nicht handeln? Nein. Das heißt, ich müsste ihm die Tasche zurückgeben, damit er sie dir gibt. Achso, und soll einmal geht das gar nicht bei euch, ne? Nein, wir können nicht untereinander handeln. Ich hab's gerade geguckt, weil eigentlich müsste ich ja Rechtsklick auf ihn machen können. Schilderschutz, was haben wir hier? Aber... Profil. Der Hain wär die nächste. Muss ich mal eben gucken. Malborn-Markt? Wo ist denn hier der Hain? Der Hain ist, glaub ich, weiter unten, ne? Farbe. Kann ich nicht verwenden. Achso. Ne, haben wir noch gar keine Hauptstadt hier. Aber wie gesagt, hier sind ja auch die Stationen. Holzstab kann ich auch nicht verwenden. Oh Gott, das will. Ich muss hier eine ganze Menge Mist verkaufen. Mein Gott. Wer suchert der Finden? Naja, muss ich mal... Kann ich mit dir handeln? Kaufen. Äh, nö. Kann ich dir einen Brief schicken? Aber ich kann keine Anhänge versenden. Achso. Warte mal, wenn ich machen muss, anders... Ich bote mich mal kurz zurück, dann hole ich dir mal zwei Taschen und dann schicke ich mir die direkt zu. Ja. Du musst dir dann gehen. Weil ich hab ja noch eine übrig, aber ich kann sie leider nicht nutzen. Und nicht wieder abgeben. Weil ich auch keine, äh, keine Anhänge versenden kann. Ja, ist gut. Dass es euch so viele Beschränkungen gibt, gibt es die Pläne. Also Beschränkungen... Ich meine, ist, äh, klar eigentlich, dass es so viele sind. Ja, aber, dass wenigstens die Free-to-Play-Spieler untereinander handeln, äh, Sachen tauschen können. Wenn sie in einer Gruppe sind, wenn sie in einer Gruppe sind, ja. Ja. Ich kann ja noch nicht mal mit dir handeln, so war. Nee, das ist doof. Und das ist schon sehr schlecht. Na, warte mal, ich sende dir jetzt zwei inventarischen Züge, hast du jetzt ein bisschen mehr verziehen. Musst du aber deinen jetzigen Wehr machen, dass du die rausnehmen kannst. Ja, er ist dabei. Ich bin schon am ausmisten, wie ein Großer. Wie ein Großer. Ich habe jedes Mal dieses blöde Problem mit den Taschen. Also sonst, glaube ich, ganz schnurziger, wie groß sie sind. Immer sind sie zu klein. Na? Das konnte man nicht auch irgendwo reparieren? Möge Baumlied mit euch sein. Wo ist denn die unheilvolle Hose? Verkaufen. Reparieren kannst du hier. Mit dem Kölz? Ja. Profil. Wo rennst du denn rum? Da. Ja, ist dieses rote. Ah, ja, das habe ich gesucht. Das habe ich gesucht. So. Verkaufen? Nein. Ich möchte nicht verkaufen. Hallo? Wenn er dir die Option Verkaufen anzeigt, dann wirst du nichts kaputt haben, was du reparieren kannst. Okay. Alles klar. Ja, das bin ich halt nicht gewohnt. Aber so kannst du es ja immer aufmachen. So war ich es immer noch am Verkaufen. Ja, ich muss hier echt mal. Der Mann braucht größere Taschen. Der braucht eine Tasche. Das glaubt man. Der braucht eine Handtasche wie eine Frau. So eine mit ohne Boden. Wenn ich nicht reingehe. Ja, kann ich, äh, kann ich dir keine Empfehlung ausschreiben, weil ich habe einen Armeerrucksack. Ich habe es nicht so mit Handtaschen. Es ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Tja. Ja. Ich glaube, aus mir hätte ein Kerl werden sollen. Pff. In Ordnung. Wir sollten jetzt anfangen. Da. So. Ähm. Ach da, ich habe was in der Tasche. Ja. Kein Betreff. Können wir eigentlich, oh. Raus, rüst, rüst. Da ist hinten, das ist noch ein Panorama. So. Hast du umge... Training, was ist denn? Was ist denn dieses, ähm, Training hält? Helden. Wenn du Helden, du bekommst immer Heldenpunkte, die du unterwegs sammelst bei den Heldenpunkten oder Levelaufstieg und damit, ähm, levelst du quasi deinen Charakter, also deine Fähigkeiten, erlernst du damit deine Skills quasi. Okay. Das kann nicht sein. Ach so, aha. Aha. Wieder was gelernt. Wieder was gelernt. Ach Gott, das ist ja... Schrecklich, so viel, ne? Schrecklich, ja, das ist ja... So. Raus. Ist das die kleine Dumme? Nein, das ist ja nicht. Das ist der. So. Der kleine Dumme. Und da, muss da rein. Oh, wie Platz. Aber da freut er sich. Gib ihm eine halbe Stunde, dann hören wir den Satz. Mein Inventar ist voll. Ja, aber das geht's und so, wenn deine Charaktere fertig sind. Du kannst hier maximal 160 Plätze haben. Selbst die sind ständig voll. Echt? Hm. Ach komm, in WoW schaffst du das auch. Klar. Kein Problem. Immer in seinem LP. Du hast auch immer so viele Toiletten, tolle Sachen, die man einsammeln muss, ne? Man braucht nicht jeden Scheiß. Ach, das ist Geld wert. Kann man verkaufen. Ja, dann musst du's auch verkaufen und nicht jahrelang mit dir rumschleppen. Tja. So. Wo ist das? So, wo sind wir denn jetzt? Ähm, wo sollen wir das nur hin? Reift mein Ziel an! Hm. Hier hinten ist noch ein Lager. Kommen wir durch die Büsche? Ja, ab und die Büsche. Ab und die Büsche. So. Jetzt irgendwo, hier ist der Weg. Böse, Biene. Ja, ja. Schleppt die bloß nicht an, nur. Nö, ne. Irgendwie. Nichts von euch, muss doch drin noch ein Wister sein. Habt ihr schon? Ja, nein. Nein. Einmal den Weg lang. Höh, den Weg. Äh. Ist das jetzt drin in diesem Dingens da oder nicht? Ich glaube, es ist drin. Was bist denn du von Tschüssling hier? Ach so, Pflänzchen. Äh. Äh. Pflänzchen. Einfach mal mitnehmen. Was ist das da? Veteran Moosherz, okay. Ich glaube, wir müssen ins Gebäude rein, ne? Ach, wo ist die, der aber auch, ja. So, das ist der Portpunkt. Hallo? Jemand da? Hallo? Reparieren? Oh. Ja, auf der Mauer, auf der Lauer. Mach dir mal beim Tengu-Handelt. Ähm, ich war ja neulich da. Ach Gott. Wo ist denn da rein? Ach, da ist rein. Ja, ich bin grad, äh. Wo bist denn du jetzt hin? Unten? Ich bin nicht, äh. Hier oben lang. Ne, zurück. Bin ich wieder hoch? Ne, ich hab dich nicht gesehen auf der Karte. Sah aus, als wenn ihr unten wärt. Hier diese Rampen hoch. Ach, hier ist der Weg. Ach, Mensch, klar. Ach, ganz offensichtlich. Oh, das war schwer. Wir müssen da, links. Jetzt beten wir wieder den kleinen Toten, Jan. Ach, schön. Oh, das war aber extrem schwer, ja. Mensch, das, ne? Das hast du kaum geschafft, ne? Das war echt, ja. Was ist denn der leuchtende Sarg da hinten? Der leuchtende Sarg? Das lila leuchtende Ding da hinten in der Ecke. Das gammelt, das stinkt. Wie war's, Tim? Weißt du? Bop, 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 bop. Das ist keine Ahnung. Tränke. Eine leuchtende. Einmal durchziehen. Ich glaube, das war's schon. Supi, dann haben wir die ja auch. Ja. Er cheatet, er fliegt. So, und jetzt nach hinten rechts in der Ecke ist noch eins. Meine Güte. Hätten wir auch durchs Gestrüpp laufen können. Nochmal, kann man hier lang? Jo. Einmal im Kreis gelaufen? Schön. So muss das. Na, die Schuhe müssen ja auch abgenutzt werden. Ja. So viel weiter ist es auch nicht gelaufen damit. Gibt es hier überhaupt ein Reittier oder sowas? Nee, hier hast du ja leider keine Reittiere. Du musst hier ewig laufen. Keine Autos, nix. Keine Autos, nix, nein. Gar nichts. Dafür hast du halt dieses Port-System, was auf jede Karte ist, wo du verschieden viele Port-Steine hast. Hi, Monja! Ja, aber die kosten ja jedes Mal Kohle. Ja, das stimmt. Ja, aber das stört euch nicht. Ja, das kosten dich die Flugpunkte in WoW auch. So, wo sind wir denn hier? Oh, wei. So. Nach oben sehen? Was, nach oben? Hallo? Was ist das? Was sollen wir hier? Wald ist zwei... Nach oben? Lass das Gerät in Ruhe. Jaja, ich fasse jetzt schon nix an. So war nicht anfassen. Was? Keine Autos? Ich geh wieder. Ergibt ja in Guild Wars keine Autos. Nee, nicht mal Moped. Nix. Ja, ich glaub, jetzt können wir wieder zum Portal zurück, wa? Wo sind wir jetzt hier? Also da. Ne, hier ist noch ein Vis da. Wir können ja oben... Was? Wo? Was? Da? Was? Ach so, am Strand. Da hast du... Ja, wir sehen das aber noch nicht. Ach so. Weil die Karte ist nicht offen. Müssen wir wahrscheinlich uns hier von den Klippen stürzen. Weiß ich nicht. Können wir das? Doch, wartet. Bleibt mal hier stehen. Bleibt mal genau hier stehen. Und ich fliege rüber, dann potte ich euch hin. Kann man hier nicht rüberspringen? Wartet. Titantreppe. So, das kann man vor benutzen. Ja, guck mal hier. Ich benutze das vor. Einfach ab. Guck mal. Okay, jetzt hier hat den Weg. Ja, ja. Der Weg war jetzt auch nicht sehr anspruchsvoll. Man muss ja jetzt nicht übertreiben. Auch keine Pferdestärken? Nein. Wenn Oskar hier wäre, dann hätte er wahrscheinlich einen passenden Satz für Pferde. Ne? Stärke. Aber wenn wir mit solchen Themen jetzt wieder anfangen, können wir wieder auf FSK.